Was ist der wichtigste Landart-Künstler, den es noch gibt? Das ist ein Juni, also nächste Woche, übernächste Woche, einen sogenannten Art-Walk machen von zwei Stellen in Zürich-West. Einerseits Wasserwerk Harthof, andererseits Escher-Wiesplatz gehen je 250 Menschen in Schlangen auf dem Limmat-Uferweg aufeinander zu. Sie kreuzen sich, sie gehen aneinander vorbei und sie werden in diesem Gehen eine räumliche, künstlerische Erfahrung machen. Und die haben Sie schon, diese 250 Leute? Nein, wir suchen natürlich. Man kann sich anmelden bei uns auf der Homepage artinthecity.ch.